Der offizielle Kader für die Heimeuropameisterschaft 2024 der deutschen Nationalmannschaft wurde jetzt bekannt gegeben auf der Pressekonferenz von Julian Nagelsmann und allzu viele Überraschungen gibt es natürlich nicht mehr, da der Kader schon zerstückelt die Tage zuvor über bekannt gegeben wurde. Dementsprechend waren viele Entscheidungen für oder gegen gewisse Spieler schon im Vorhinein bekannt. Wir gehen jetzt den Kader aber dennoch mal Position für Position durch und im Großen und Ganzen deckt es sich auch mit dem Kader den ich gestern in meinem Video berufen habe. Klar ein paar Unterschiede aber ich gehe jetzt mal näher drauf ein und wir starten im Tor tatsächlich mit vier Torhütern einfach weil man im Training da deutlich besser trainieren kann. Da kannst du immer vier Mannschaften machen und im Endeffekt ist ja auch klar dass am Ende Neuer die Eins ist, Ter Stegen die Zwei und die dahinter werden ohnehin nicht zum Einsatz kommen wenn alles normal läuft. Nagelsmann hat sich jetzt für Baumann und Nübel entschieden. Ich persönlich hätte wie gesagt Ortega mitgenommen, Baumann gehe ich mit, Nübel kann man auch machen aber ich will da jetzt ehrlich gesagt gar nicht zu viel drüber diskutieren weil es am Ende ohnehin nicht allzu entscheidend ist. In der Abwehr zunächst die Außenverteidiger wie erwartet rechts Kimmich als Backup Henrichs, links Mittelstädt als Backup David Raum und da hast du beide Positionen dann gut doppelt besetzt. In der Innenverteidigung wiederum wird es interessanter und da ist glaube ich auch die größte Kontroverse dabei, dass Mats Hummels nicht nominiert wurde vor allem nach seinen starken Leistungen in der Champions League, vor allem auch im Halbfinale und da muss man schon sagen, dass gewissermaßen das Leistungsprinzip außer Kraft gesetzt wurde aber ich sehe es letztendlich auch nicht ganz so dramatisch wie viele andere. Wir haben jetzt höchstwahrscheinlich für die Startelf Tar und Rüdiger, die gesetzt sein werden dann hast du als Backup Waldemar Anton, Robin Koch und Nico Schlotterbeck der da auch nochmal ein ganz anderes Element reinbringt als Linksfuß und da gehe ich auch voll mit ich persönlich hätte eher Hummels mitgenommen statt Koch aber letztendlich glaube ich ohnehin, dass sowohl Hummels als auch Koch dann nicht zum Einsatz gekommen wären oder kommen denn das Gerüst aus Tar und Rüdiger steht Anton wird wahrscheinlich Backup Nummer 1 sein je nachdem Schlotterbeck, falls man mal einen Linksfuß möchte mit anderen Passwinkeln aber auf jeden Fall ist man da gut aufgestellt und ich glaube der Unterschied, ob jetzt Hummels auf der Bank sitzt oder Robin Koch ist auch nicht allzu groß und Nagelsmann geht da eher danach, wer am wenigsten Stunk auf der Bank macht da ist die Wahl mit Koch wahrscheinlich schlauer Hummels ist ohnehin die Frage, ob er überhaupt in den Spielziel von Nagelsmann reinpasst weil klar, von der Leistung her hat es jetzt gestimmt beim BVB aber das ist schon nochmal eine Umstellung er war auch die letzten Länderspiele nicht dabei deshalb kann ich es gewissermaßen nachvollziehen, dass er nicht dabei ist auch wenn es schon sehr hart ist nach seinen zuletzt starken Leistungen und mit Koch und Anton hast du auch nochmal flexiblere Spieler können beide innen verteidigen als auch Sechser spielen Anton könnte auch rechts verteidigen aber da bist du auf jeden Fall gut aufgestellt im Mittelfeld gibt es dann wiederum kaum Überraschungen wir haben für die Sechser-Position Andrich, Pascal Groß, Toni Groß und Alexander Pavlovich also vier Spieler, geht auch auf jeden Fall klar zur Not kannst du auch Gündogan von vorne zurückziehen wo du auch ansonsten mit Musiala, mit Wirtz, mit Sané und mit Führig gut aufgestellt bist also alle Spieler, die hier dabei sind im Mittelfeld, haben es auf jeden Fall verdient die habe ich ja auch alle nominiert ich persönlich hätte ja eher noch einen im Mittelfeld mitgenommen statt einen mehr im Angriff, zu dem wir jetzt gleich übergehen aber so kann man das auf jeden Fall auch machen gut, wenn wir jetzt zum Angriff kommen da ist auch noch Thomas Müller aufgelistet der kann natürlich auch als Zehner spielen aber ansonsten war auf jeden Fall klar, dass du Füllkrug mitnimmst dass du Havertz mitnimmst und dass du Undaf mitnimmst dass Maximilian Bayer dabei ist ist irgendwo auch nochmal eine Überraschung aber macht auch irgendwo Sinn bringt einfach nochmal ein anderes Element rein der eher die Tiefe attackiert was so von den anderen Spielern einige zwar auch mitbringen ihn macht dies aber insbesondere aus während die anderen Spieler schon alle eher spielstark sind und nicht nur auf ihr reines Tempo angewiesen sind dafür wiederum nicht dabei ist ein Julian Brandt und ein Jonas Hofmann die hätten es beide meiner Meinung nach verdient gehabt aber irgendwo musst du dich ja entscheiden und die haben es halt einfach schwer von ihren Spielertypen wenn du vor ihnen einen Musiala, einen Wirz, einen Sané und so weiter hast da wird es halt einfach schwierig und da hätten sie noch mehr leisten müssen auch wenn sie schon gute Leistungen gezeigt haben ist am Ende eine harte Entscheidung aber irgendwie muss man sich ja entscheiden und da muss es halt auch Opfer geben genauso wie einen Mats Hummels wo es vielleicht noch unverständlicher ist wie in dem Fall aber ich finde wenn man sich allesamt anschaut dann ist da jetzt keine Skandalentscheidung dabei ja ich habe ein paar Meinungsverschiedenheiten bei denen ich anders nominiert hätte aber man kann das auf jeden Fall so machen und ich identifiziere mich voll mit dem Kader und mit dem Team und hoffe einfach auf eine gute Europameisterschaft im eigenen Land bin auf jeden Fall hyped ich hoffe ihr auch schreibt mir gerne eure Meinung zum Kader in die Kommentare und dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal haut rein und ciao haut rein und 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 haut rein